Hallo, ich bin eure Ex CEO und wollen dir was passieren? Ich saß auf dem Klo und hab mir gedacht, hmm, also wie wärs mit ner neuen Sozialpolitik? Ja, und dann kam mein Kumpel, der Esel, ne, der Gabriel, der Fick mal Gabriel, die ist so ein Schwein, und da hat er immer, weil ich musste so richtig auf ganz bewerf ein Faden lassen, so, und da hat er mir, da ist er mir durch die Tür und hat mir den Scheißhausdeckel auf den Kopf gehauen, das hat wehgetan. Ömmel, laber nicht, Fick mich. Hahaha, ich hab aber heute mal ein Rebornstribun, ganz brutal einmal, 69. Ah, ah, 69, Moment, Moment. Uaaaaaah, oh, ah, lala, ah, ah, fällsch rum, fällsch rum. Ich fühl dich auch. Komm her, komm her, ich mach's jetzt richtig einmal. Ah, 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 du Arsch, dein Arsch ist so geweihtet, mein Freund, dein Popo, der ist so richtig, ah, so richtig durch, ah, du alte Drecks. Los, und jetzt nenn mich deine Meisterin. Meisterin? Und sag ich liebe dich, Färkel, ich liebe dich. Ja, so ist das halt im Bundestag, man muss sich da weiter unterhalten, ne? Komm, jetzt erzählen wir noch mal, was gibt es mit einem Programm vor? Ja, wir wollen das Hartz IV aufstocken. Auf wie viel? Auf 700 Euro. Willst du dich verarschen, Alter? Die Kinder sind getroffen, Mensch! Wir müssen, hör mal, pass auf, wir machen sieben Euro in drei Schritten. Und dann gibt es Christenbergs auf Staatskosten, es ist günstiger als 700 Euro zu geben, bist du behindert, Alter! Du hast recht, fick mich noch mal! Na komm her, du Mist, du kannst du in so einem alten Mist, du bist du! Wooh! Wooh!